So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wimmelbild Party Action Hier im Marvel Marvel Creek Mappel Mappel Creek So, wir müssen mal kurz zum Auto Wir müssen das Reagenzglas mit der Säure füllen Wir haben in den letzten Folgen ja Grandios bewiesen, wie toll wir Ein Bild zusammen puzzeln können So, mittlerweile habe ich auch was getrunken Ich trinke nochmal eben schnell einen Schluck Wie schön es da reinfällt Blub, 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 blub So, jetzt können wir auf den Turm Können wir auch mit dem Reinigungsmittel Können wir hier mal eben Sprühen und anschließend abwischen Bitte 1 Dollar einwerfen Bitte 1 Dollar einwerfen Ja, machen wir doch gleich Es funktioniert, so muss bezahlt werden Ja, und jetzt? Finde den Felsen Achso, die ist ein Bezugspunkt Achso, okay Wow Jetzt gleich so wie bei Äh, wo war das nochmal gewesen? Mit Dings Ähm Bei Ante Dorn, wo die Fratze ankamen Da hinten Das muss der Fels sein Ich muss einen Bezugspunkt finden Äh Die Eiche Der Felsen befindet sich nördlich von ihr Ich muss also den Wanderweg nach Norden gehen Sehr schön Gut Dann wissen wir, wie wir im Wald laufen müssen, glaube ich So Ähm Was haben wir noch? Reagenzglas Ja, okay Interessant Kann man jetzt hier langlaufen? Der Felsen ist nördlich von hier Der Felsen ist nördlich von hier Doch ohne einen Kompass werde ich nicht finden Muss ich jetzt echt erstmal wirklich Ich muss erstmal wieder weiter wimmeln, ne? Kann das sein? Gab's hier noch irgendwas zu entdecken? Irgendwo noch ein Wimmelbild, was wir vielleicht übersehen haben Warte mal Okay Hier mal die Dings Hier irgendwas Irgendwas weiter wimmeln Hier vielleicht auch mal irgendwie Vielleicht Na hier Die Leichen da unten Ein Traum Hm Nochmal hier geguckt, schnell Nein Ist nichts Gehen wir mal hier weiter Hier ist auch nichts mehr in der Scheune Da im Oh Gott, dieser Schrank Ich verfluche ihn Ich verfluche ihn So, hier dann Hier irgendwie Warte mal Wir haben dieses Ach, warte mal Gehen wir mit der Säure hier Vielleicht irgendwie hier Ne, das geht nicht Okay Bin gespannt, wofür wir die Leiter brauchen Hier, der Hund Der kriegt die Säure Hier, nimm die Säure Ne, geht nicht Entschuldigung Ach, hier müssen wir noch die andere Statue finden Genau, da war ja was gewesen Sonst geht es ja auch nicht weiter Okay Wir haben Ein Medaillon Und wir haben ein Und wir haben Äh, Säure Die Frage, wofür ist die Säure? Ach, oben für die Glocke Ich bin so schlau Ich bin so klug K-L-U-K War ich gerade schon gewesen Ich bin so klug K-L-U-K Jetzt können wir natürlich Die Glocke zum Einschütz bringen Dann klingelt nämlich Gar nichts mehr hier Haha Blup 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 Aha, ein Herzchen, okay. Interessant. So, was haben wir noch hier? Ja, sonst gar nichts. Was? Was? So? Wie kam ich hier? Und wo ist der Prediger? Ich kam hier jeden Tag her und hier ist mein Seel. Sie ist immer hier. Ich war nach Hause, zu sprechen, mit meiner Versturzung, als der Stürmerreiter war. Das ist das letzte Mal, dass ich mich daran erinnern kann. Ich war so schwer. Meine Beine sind so weak. Legs wobbling wie ein Neubborn. Eine neue Beine sind so, als ob es die Lebenskraft aus mir herausgezogen hätte. Aber das Mädchen betrifft sie. Ich sah sie einige Male mit dem Jungen von der Farbe, wie es nicht eines Hauses war. Sie sehen sie auch, direkt von meinem Balkon aus. Ich sage dir, das fühlt sich an, als würde ich aus einem bösen Traum aufwachen. Ja, ja, ja. So, kann ich jetzt hier irgendwie... Irgendwie... Ah, guck mal. Guck mal. Da war doch irgendwie bei... Wart das nicht bei uns auf dem Terrass? Achso. Ja, 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 ja. Waking up for a bad dream. Und agieren. Ich geh lieber keinen Schritt weiter. Die Leute macht mir Angst. Hier ist doch keiner mehr. Das ist der Dagger, den der Mann aus meinem Zimmer gestohlen hat. Das ist der Dagger, den der Mann aus meinem Zimmer gestohlen hat. Die kleine Sturm vor meiner Spitz. Zum Schneiden nutzlos. Doch ideal zum Stechen. Und was haben wir hier... Ein paar Kerzen fehlen. Ist ihre Anordnung von Bedeutung. Okay, wir brauchen hier wahrscheinlich noch ein paar Kerzen. So. Das heißt, wir haben jetzt... Ah, warte mal. Können wir jetzt vielleicht... Ich schau mal eben auf unserem Balkon hier. Äh, wo war denn das noch mal gewesen? Warte mal, das war hier, ne? Mal eben durchschalten. Hier unten. War doch so eine Kiste am Stehen hier. Kann man das nicht einsetzen? Ja. Und jetzt? Was ist das denn? Sechs Stück von den Messingkeilen! Willst du mich verarschen? Natürlich! Glockenschwengel. Wir haben den Glockenschwengel, haben wir übrigens mit. Nee, Schwengel genagt. Einfach so. Okay, wir müssen gucken, wegen... Warum wimmeln. Wir müssen wahrscheinlich auch hier irgendwelche... Irgendwelche Sachen finden. Wie kommen wir verdammt nochmal an den Korken? Müssen wir auch noch kriegen. Hier ist nichts mehr, ne? Hier ist alles abgefrühstückt. Was können wir denn jetzt mit dem Glockenschwengel machen? Und den... Allein der Name der Glockenschwengel. Das Fernrohr ist schon sauber. Ja. So. Ähm... Beweise? Wofür Beweise? Was ist hier hinten nochmal gewesen? Ach, der Friedhof. Ja. Hier sind Kerzen. Zwei Kerzen. Drei... Ne, zwei. Wo ist die dritte Kerze? Ich brauche noch eine dritte Kerze. Kann ich hier irgendwie was einsetzen? Nein. Ach, da brauchen wir bestimmt hier diese Messing... Keile. Oder so. Ach, Beweise anschauen. Ja, stimmt. Ich vergesse das immer. Ah ja, hier. Auf dem Stück Papier steht... Eine... Was? Einige Runen. Sie ähneln ihn jenen, die auf der Zeichnung der Glocken gefunden habe. Es könnte ein wichtiger Code sein. Ich weiß es erst, wenn ich den Rest der Seite finde. So, Mord war von... Ein Ritual durch... Blutspritze auf der Klinge. Es muss eine Art dunkle Ritual gedient haben. Wofür? Doch, wo? Unicode? Tatort? Äh... Verstecken des Predikers? Tatort? Ja, auch Tatort vielleicht? Nein. 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 Okay. So. Juck die Nase. Ähm... Haben wir noch irgendwo eine Kerze übersehen? Hey, rumwimmeln. So. Kompass. Hier finden wir bestimmt jetzt den Kompass für den Wald dann. Ähm... Wenn ich ihn da mal finden würde. Da oben. Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Ein Knopf. Der ist hier. So. Stargriff. Sanduhr. Sanduhr. Ich weiß noch, ob ich gerade schon gesehen habe. Das ist hier. Stiefel? Ist da. Was? Schuhabdruck? Ähm... Ja. Schuhabdruck? Schuhabdruck. Handschuhe. Wie sind das hier? Sandwich. Er hat Sandwich gesagt. Einfach so. Wo ist denn der Schuhabdruck? Das ist eine Hand. Das ist Schuhabdruck. Und ein Stark. Was ist denn ein Starkgriff? Das hier? Nein. Das ist eine Glocke. Oben. Mitte Rand. Oben. Mitte Rand. Da. Tatsache. Ähm... Ein Starrgriff. Ich habe keine Ahnung, wo es sein soll. Ach. Ein Sarggriff. Ein Sarggriff. Entschuldigung. Ein Sarggriff. Wieso lese ich Starkgriff? Ein Sarggriff. Sarggriff. Ist doch... Sarggriff. Wie komme ich eigentlich auf Starkgriff? Ich lese mal das, was da nicht steht. Hier ist eine Schlange. Ein Sarg... Wo ist... Hä? Da oben ist er. Hier. Hier. Hinter meiner... Hinter meiner... Mein Gesicht war gewesen. Kompass. So. Ich würde sagen... Wir gehen durch den Wald. Ein Besonderplatz sollte... nur nach hier. Norden. 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 Immer nur nach Norden. Oh. Oh. So. Was haben wir hier? Aua. 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 Natürliche Wanderung? Wohin? Herr Prediger? Der Prediger schleicht sich nachts davon. Wohin? Warum? Wir haben ein... Was ist das? Ein Ast. Ein dicker Ast. Der Hinweistafel zufolge ist die Form des Felsen natürlichen Ursprungs. Es ist schwer zu glauben. Eine Hütte. Oh, warte mal. Bevor ich nochmal kurz den Baum nochmal untersuche. Aha. Eine tiefe Baumhöhle. Was haben wir jetzt da bekommen? Was ist das? Ein Dietrich. Cool. Ah. Mehr nicht. Da war noch mehr drin eigentlich. Aber okay. Dann gehen wir mal weiter. So. Wir haben eine Hütte. Laubhaufen sind langweilig. Außer in Marvel Creek. Und warum... Warum kannst du nicht einfach mit den Händen oder mit den Füßen einfach da wegwehen? Nein. Da kann man das jetzt... Ich muss erst den Rechen holen. Und dann kann ich erst natürlich... Die Achse ist zerbrochen. Dann... Lass ihn liegen. Und das ist einfach nicht. Ich muss mich umschauen hier. Nein, da ist nichts okay. Dann gucken wir mal. Hallo, Sir. Wer sind Sie? Detektiv. Wie nett, dass du hereinschneidst. Kann ich dich etwas Schmackhaftes begeistern? Polische Wurst vielleicht? Sie schmeckt polisch. Wer bist du? Warum hast du die Nachricht hinterlassen? Ich will helfen. Doch nur unter der Bedienung. Keine Fragen. Ich sehe, dass du die Glocke sehr kommentiert hast. Mein Rat ist nun, sich weiter auf die Kirche zu konzentrieren. Suche sie, als ob es letztes ist, was du tust. Denn, offen gesagt, möglich ist es. Schnell. Du kannst Kate noch retten. Und übrigens, das könnte es nicht sein. Ja, die dritte Kerze. Ju, danke. Ciao. So. Eine polnische Wurst. Die schmeckt polnisch. Müsstest du jetzt Kate suchen? Na, keine Zeit. Ich will ja... Hallo, lass mich ruhig. Ach, halt doch den Schlabel, ey. Ich wollte doch mal gucken hier. Wann wohnt der da in der Hütte? Sowas hier. Die Kirche sind wunderschön. Doch ich muss schon jetzt mein Ziel kennen. Achso, okay. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wahrscheinlich die Kerzen einsetzen. So. Äh, hier war das, ne? Genau hier, so. Hör mal. Habe ich irgendwie Hinweise mit Kerzen oder so? Nee, ne? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, ich hatte keine Kerzenhinweise. Hatte ich glaube ich nicht gar bisher. Oh, nee. Rune-Code. Fotos anschauen wegen... Ja, wegen Kerzen. Ja, ich guck ja gerade, aber ich glaube, ich habe... Da waren wir gerade. Na gut, dann. So. Ähm, was haben wir denn noch? Wir haben noch... Immer nicht. Dietrich haben wir auch noch. Und eine polnische Wurst. Ich habe keine Ahnung, wo die Wurst ist. Die wird sie sich wahrscheinlich nicht irgendwo reinstecken. Weil das ist gerade wirklich gesagt. Oh, 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 oh. Ich meine, aufessen, ne? Da komme ich auch nicht dran. Ich brauche bestimmt die Leiter auch hierfür wahrscheinlich. Ähm. Gibt es da noch irgendwas zu wimmeln? Ich will ein Wimmelbild haben. Nice. Bivo ist mir lieber. Wofür brauchen wir den Dietrich? Frage ich mich gerade. Den Büger Lars. Den Büger Lars Dietrich. Weil wir haben doch eigentlich alle Türen... Ah, ich weiß, wofür die Hund... Für die Hund ist. Die Hund ist für die Wurst. Die Wurst ist für den Hund bestimmt. Ja, ich habe ne Wurst. Kann ich den Hund da einfach die Wurst hinschmeißen? Geht das nicht? Hallo. Wieso geht das nicht? Ich habe ne Wurst. Hallo, Hundi. Ich habe ne Wurst. Ne Wurst. Das funktioniert nicht. Warum nicht? Hm. Das ist aber sehr merkwürdig. Was? Hundehütte so? Nee. Ah, doch. Tatsache. Gar nicht gesehen. So. Zur fahren. So, was haben wir hier? Erstmal in die Scheune. Eine Kettensäge. Zwecklos. Die Kette ist kaputt. Was passiert hier gleich? Gleich hier Texas Chainsaw Massaker, oder was? Was passiert hier gleich? haben Sie Vierge auf embodied